Hallo Freunde, eine neue Folge von FCMotoTV. Heute geht es um Schlosstechniken im weitesten Sinne. Ich sage, es wird aufschlussreich. Bis gleich. So Leute, Schlosstechniken, was gibt es alles? Wir haben einfach mal gedacht, lass uns die zwei Schlosstechniken besprechen, die zu 99% den Markt quasi monopolistisch beherrschen. In den Detailaufnahmen wird auch nochmal über einen Alternativschloss kurz gesprochen, aber die wichtigsten Schlösser sind halt Mikrolokverschluss und Doppel-D-Verschluss und das besprechen wir jetzt. Okay Leute, wir fangen an mit dem Ratschenverschluss. Der Ratschenverschluss ist tatsächlich der am weitesten verbreitete in einem Preissegment zwischen 100, 150 und bis zum Premiumbereich 500 Euro. Vorteil des Ratschenverschlusses, er ist auf Anhieb sehr, sehr bequem und der weitere Vorteil ist, dass im Gegensatz zu den klassischen Verschlüssen, Klickverschlüssen, die im Grunde genommen so einen Autosicherheitsgurt simulieren, dass der etwas feiner einjustierbar ist. Ich zeige euch das mal hier bei diesem Bogotto-Helm. Das heißt, ihr habt eine Kunststoffschiene mit circa 10, 11 Rastungen, die in den Schlitten eingeschoben wird. Und ich halte jetzt mal ganz kurz meinen Mund. Der teilt sich also akustisch sehr gut und sehr laut mit, wann die Rastung stattgefunden hat. Und der Hersteller sagt, wenn es einmal rastet, einmal Klick macht, ist das schon ausreichend. Vorteil dieser circa 35 bis 40 mm langen Lasche ist, wenn einmalig die Grundeinstellung stimmt, dann beinhaltet diese breite Spreizung der Lasche, dass ihr sowohl im Sommer, wenn der Riemen direkt an der Haut anliegt, genauso stabil sitzt, als wenn ihr dann eine Sturmhaube oder auch einen Tube, einen Schal hättet, dann wird da entsprechend 5, 6 oder 7 Rastungen lockerer gestellt. Das heißt, es wird nur ganz, ganz selten nachreguliert von der Grundeinstellung. Das ist erstmal sehr bequem, vor allen Dingen im Gegensatz zu den anderen klassischen Verschlüssen, die es ja auch noch vor 10 Jahren in Masse gab. Der Vorteil ist, durch dieses akustische Sich-Mitteilen ist es so, dass ihr, wie gesagt, sicher wisst, dass der verriegelt ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass man auch diesen Verschluss mit behandschutem Finger sehr gut nutzen kann. Jetzt ist es hier rot, das seht ihr natürlich nicht, wenn ihr den Helm aufhabt. Würde das Schloss gelöst werden müssen, greift ihr einfach an das rote Fähnchen, zieht es nach außen und in dem Moment, wo dann an dem eigentlichen Riemen innen gezogen wird, rutscht der aus dem Schlitten raus. Ist eigentlich eine narrensichere Verbindung und ich versichere euch, wenn ihr auch, wenn ihr es nicht seht, einfach nur nach Gefühl, auch mit behandschutem Finger, das 5, 6, 7 Mal ausprobiert habt, ist das in Fleisch und Blut übergegangen, dass das also wirklich ein Automatismus ist, der dann damit entsteht. Also wie gesagt, dieser Verschluss wird viel, viel benutzt. Ich zeige euch mal ein Alternativbeispiel von Shoei. Das heißt, das Prinzip ist gleich, er arbeitet jetzt nicht mit dem roten Fähnchen, hat da an diesem Ausrückmechanismus so eine Ausbeulung, dass man auch da mit behandschutem Finger reingreifen kann. Und da seht ihr, dass die Lasche nicht mehr schwarzer Kunststoff ist. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, das verraten euch. Das ist jetzt ein Edelstahlteil. Das heißt, das ist dann natürlich noch ein Ticken aufwendiger als Kunststoff. Ich versichere euch aus eigener Erfahrung, dass ich einen Ratschenverschluss bei einem eigenen Helm habe, der jetzt schon, ich darf es gar nicht sagen, über sechs Jahre alt ist, sieht aus wie im Neuzustand. Also das ist ein sehr, sehr verschleißarmer Kunststoff. Aber das ist natürlich unterm Strich nochmal einen Ticken besser. Gut Leute, Doppel-D-Verschluss. Ich erkläre euch erstmal die Funktion vom Doppel-D-Verschluss, bevor ich mal was zu den Vor- und Nachteilen erzähle. Doppel-D-Verschluss heißt, den Namen hat er, weil die beiden Ösen in etwa eine D-Form haben. Und Funktionsprinzip ist, dass das freie Ende des Riemens durch beide Ösen oder durch beide Ds hineingefädelt wird und durch ein D wieder zurückgefädelt wird. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe das mit der linken Hand gemacht, die rechte hält im Grunde genommen nur den Helm. Habt dazu natürlich jetzt 4.181, stimmt das Wiener? 4.181? Gut, Versuche gebraucht. Ich versichere euch, wenn ihr vier, fünf Versuche wirklich konzentriert macht, dann geht das in Fleisch und Blut über. Also ihr braucht keine 4.000 Versuche, das ist so sicher wie das Arme der Kirche. Wichtig bei dem Teil ist, wenn jetzt der Riemen durch das 1D wieder zurückgeführt worden ist und jetzt zieht an dem inneren Riemen, also an dem Halteriemen, kann der sich unter Last nur noch fester ziehen. Theoretisch wäre jetzt bei Ratschelverschlüssen oder auch bei Klickverschlüssen bestünde die Möglichkeit, dass es doch eine Fehlfunktion gibt und der Riemen aufspringt. Das kann beim Doppel-D-Verschluss nicht passieren. Das bedeutet aber auch, dass das einer der Gründe ist, wofür unter anderem im Rennsport der Doppel-D-Verschluss als Grundvoraussetzung benutzt werden muss. Also ihr könntet gar keinen Rennsport betreiben, wenn da kein Doppel-D-Verschluss an dem Helm dran wäre. Jetzt fährt ja nicht jeder von euch Rennen, aber das Gefühl zu haben, dass so ein Rennfahrer, der ja nun auch maximale Sicherheit möchte, dann nur mit dem Doppel-D-Verschluss unterwegs ist, das gibt mir zum Beispiel ein gutes Gefühl, auch den Doppel-D-Verschluss jetzt hier so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Vielleicht beim Doppel-D-Verschluss jetzt eine Information, die wichtig ist, finde ich, für die Kritiker, die einfach sagen, ach, das ist doch viel zu kompliziert, ich muss ihn wieder lösen, dann wieder einfädeln und und und. Stimmt nicht. Denn, ich zeige euch das mal auch hier bei diesem Helm, wenn der Doppel-D-Verschluss gelöst werden soll, dann wird an diesem roten Fähnchen gezogen, das wird nach außen gezogen, und dann könnt ihr an dem inneren Riemen ziehen, und zwar so lange ziehen, bis dass dieser rote Druckknopf vor dem Riemenverschluss, vor dem Doppel-D, Entschuldigung, vor dem Doppel-D steht, und dann blockiert dieser Riemen. Und dann ist der Riemen aber so weit, dass ich den vorziehen kann bis zum Kinnenteil. Und bei so einem weitgestellten Riemen kann ich den Helm anziehen und ausziehen, ohne dass der Eingriff des Riemens im Doppel-D gelöst wird. Ich demonstriere das euch mal ganz kurz, wird also angezogen, mit Riemen weit nach vorne, dann ist er drüber, festgezogen, stufenlos, Feierabend, und entsprechend gelöst, der umgekehrte Bewegungsablauf, rotes Fähnchen ziehen, freimachen, bis dass der Druckknopf vor dem Doppel-D steht, und dann kann ich den auch wieder ausziehen, ohne dass ich da irgendwo behindert werde. Heißt also unterm Strich für die Kritiker, so kompliziert ist das gar nicht, das ist auch kein Hexenwerk, und ich bin eigentlich Rechtshänder, ich habe das eben einfädeln und durchfädeln mit der linken Hand gemacht, da muss man sich einfach nur mal die Zeit nehmen, das vier- oder fünfmal zu probieren. Ich habe eben den roten Druckknopf, in dem Fall den roten Druckknopf erwähnt. Der rote Druckknopf hat noch eine zweite Funktion, nicht nur, dass der Riemenaustritt blockiert werden soll, sondern wenn ihr mit dem Helm, als Beispiel mit diesem Bogotohelm fahren würdet, und ab so Geschwindigkeiten 60, 70, 80 aufwärts, kann das schon während der Fahrt anfangen, ziemlich heftig zu flattern. Wenn ihr den aber verdrückt, ist es tatsächlich so, dass das Riemenende gesichert ist, und bei 100, 120 mit einem freien Riemen im Fahrtwind, das ist schon fast eine kleine Backpfeifenorgie. Also von daher, auch das wird drei, viermal geübt, dann ist das Intus, und damit kann es nicht mehr flattern, hättet ihr also auch dann den Riemen gesichert. Okay, Leute, ich habe euch ja noch gesagt, anfangs der Sendung, ich zeige euch schon mal den Klickverschluss, der auch noch verbreitet ist, aber bei neuen Helmen fast keine Rolle mehr spielt. Wenn ihr richtig stark recherchieren würdet, könnte es sein, dass ihr noch über einen stolpert. Ich habe jetzt hier so eine wirklich alte Murmel von einem Kollegen, der hatte den wohl noch zu Hause unter irgendeiner Kiste liegen, um euch das mal zu demonstrieren. Klickverschluss heißt, das ist ein Verschluss, der ist quasi dem Sicherheitsgurt des Autos nachempfunden. Auch da ist es so, es macht sich über ein konkretes Geräusch bemerkbar, dass er vernünftig eingerastet ist. Und würdet ihr ihn lösen wollen, das ist jetzt auch so eine Sicherheit, die da eingebaut ist, könnt ihr so viel an dem roten Schieber drehen oder schieben, wie ihr wollt, da passiert nichts. Ihr müsst zusätzlich diese Metalllasche nochmal nach innen verkanten. Also wenn der Helm aufgezogen ist, dann halt Richtung Helm. Nachteil von diesem Verschluss, und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, wofür er nicht mehr so verbreitet ist, ist, dass ihr da jedes Mal, wenn ihr eine Weitenverstellung haben wollt, anders als beim stufenlosen Doppel-D-Verschluss oder auch beim Radschenverschluss, ihr jedes Mal die Grundeinstellung verändern müsst. Und das ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist auch der Grund, wofür ich jetzt diese alte Murmel in der Hand habe. Aber auch nur der Kompletterthalter, dass ihr dieses Feature kennt. Ich hätte jetzt auch noch auf Walzenverschlüsse eingehen können. Das ist, glaube ich, Schnee von gestern. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr darum kümmern. Freunde, das war es schon wieder. Wir sind durch. Heute mal eine etwas kompaktere Form. Ich hoffe, ich habe euch das mit den Verschlüssen, vor allem mit dem Doppel-D-Verschluss, ein bisschen näher bringen können. Denn ich bin persönlich eigentlich schon ein Fan von diesem Doppel-D-Verschluss. Wichtig in dem genannten Zusammenhang. Ich freue mich über Anregungen von euch. Ob ihr selber da eine eigene Meinung habt bezüglich Doppel-D-Verschluss, schreibt es mir in die Kommentare rein, die auch ich persönlich beantworte. Ansonsten Daumen hoch, Abos, kostet nichts, freuen wir uns immer drüber. Alle wichtigen Links und Infos, auch Produktbeschreibungen oder Informationen zu den Produkten aus der Folge, in der Beschreibung unter unserem Video. Das war es. Tschüss und adios. Das war es. Tschüss und adios.